Hallo Strategie- und Taktik-Freunde, willkommen zu einer neuen Episode in unserer Reihe Die ersten 10 Züge, diesmal mit Roam. Bleibt dran! Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar grundlegende Dinge erklären. Wir spielen Roam 2 Total War, allerdings mit der größten, besten, komplexesten Total Overhaul-Mod, nämlich Divide et Impera. Diese Mod verändert die Spielmechaniken, verändert die Einheiten, verändert die Optik und sie behebt Fehler von Roam 2, die Creative Assembly seit 2013 nicht behoben hat. Außerdem fügt die Mod Kampagnen hinzu und vieles, vieles mehr. Also, um das nachvollziehen zu können und um das auch so spielen zu können, solltet ihr mindestens Divide et Impera installiert haben. Des Weiteren habe ich noch diverse Submods installiert. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Dieses Video verlinke ich euch oben. Da habt ihr die Submods im Detail. Außerdem verlinke ich euch unten eine Liste der Submods im Videotext. Einige dieser Submods benötigt ihr zwingend, damit ihr das so machen könnt, wie ich das hier mache. Denn diese Submods geben zum Beispiel weitere diplomatische Optionen, die ihr in der Vanilla-Version des Spiels nicht habt und die ihr auch in Divide et Impera nicht habt. Das als wichtiger Hinweis. Jetzt gehen wir aber mal auf die Basics ein. Wir wollen ja heute sehen, wie die ersten 10 Züge mit Roam optimalerweise laufen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass Divide et Impera doch sehr schwer wäre und dass auch der Start mit den Römern sehr schwer wäre. Und viele Spieler haben halt einfach massive Probleme, weil sie direkt mit einem Zwei-Fronten-Krieg starten. Wenn wir das Spiel starten, dann nehmen wir natürlich Rom und haben die Auswahl unter drei Familien. Ich bevorzuge Gens Julia, also das Geschlecht der Julia. Sprich, das ist das Haus von Julius Cäsar, wenn man so will, oder die Familie von Julius Cäsar. Die entsprechen so von den Bonis und von den Nachteilen her am ehesten dem, was mir liegt. Deswegen nehme ich die. Ihr könnt natürlich auch die anderen nehmen, habt dann da aber entsprechend auch andere Herausforderungen. Okay, jetzt haben wir die Haus Julia gewählt und starten das Spiel. So weit, so gut. Das ist ja alles noch normal. Wenn wir dann gleich im Spiel ankommen, bekommen wir ingame noch eine Erklärung. Die klicke ich aber weg, die ignorieren wir hier. Die könnt ihr euch ja dann selbst in Ruhe anschauen und durchlesen, anhören, whatever. Wichtig zu sagen ist, wie die Grundsituation aussieht und was für Möglichkeiten wir haben und was wir auf jeden Fall tun sollen. Und ich werde auch darauf eingehen, was die meisten Spieler machen und was in meinen Augen nicht sonderlich clever ist. Außerdem gehen wir auf die Familien ein, auf die Gefahren eines Bürgerkrieges und wie man das minimieren kann. Und wir gehen auch auf Diplomatie ein, denn das ist ein extrem wichtiger Faktor zu Beginn des Spiels. Das wird jetzt gleich alles kommen. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir als Römer starten und wir haben sofort Krieg mit Epirus und wir haben Krieg mit den Etruskern. Beide grenzen direkt in Italien an unseren Regionen an, an unseren Provinzen. Da haben wir die Etrusker. Moment, ich mache das mal weg. Hier. Hier sind die Etrusker und bedrohen zum einen Rom und zum anderen Ariminium. Außerdem brauchen wir diese Siedlung, damit wir die Provinz vollständig haben und einen Erlass verabschieden können. Hier unten in Magna Grechia sieht es genauso aus. Hier haben wir Epirus. Epirus hat auch noch direkt die Hauptsiedlung, hat hier eine Armee und wird in Kürze eine zweite Armee rüberschicken vom griechischen Festland. Hier haben wir das Problem, die starten schon mit relativ guten Phalanx-Einheiten, also Pekennieren, große Reichweite. Die starten mit einem Elefanten und die starten mit starker Kavallerie. Qualitativ sind diese Truppen unseren römischen Truppen in dieser Epoche überlegen. Zahlenmäßig sind sie uns Stand jetzt auch überlegen. Wir starten mit zwei Legionen, die wir gleich mal umbenennen werden. Wir haben einmal hier die Legion und diese Legion. Beide natürlich total in Unterstärke. Also von unseren maximal 20 Einheiten haben wir gerade mal vier oder fünf. Das geht natürlich gar nicht. Und wir haben aber da eine Bedrohung und wir haben hier eine Bedrohung. Und die meisten Spieler reagieren so, dass sie diese Legion nach Norden ziehen, aufbauen und sich dann mit Arretium, also mit den Etruskern, beschäftigen, um diese zu besiegen, um zumindest die Nordseite des Reiches zu schützen und eine der zwei Fronten zu eliminieren. Wenn man das macht, bleibt nur noch diese Legion übrig und die muss gleichzeitig Cousentia und Beneventum schützen. Das geht aber nicht. Denn wenn ihr genau in der Mitte steht, schützt ihr effektiv keine der beiden Siedlungen. Und das heißt, jede dieser Siedlungen für sich alleine muss einem Angriff der feindlichen Armee oder Armeen statthalten, was diese Siedlungen nicht schaffen. Eure Legion in Teilstärke zusammen mit den Garnisonseinheiten würde das aber sehr wohl schaffen. Das setzt aber voraus, dass ihr an beiden Städten eine Legion stehen habt und nicht nur an einer. Da ist dann quasi das Dilemma für viele Spieler. Und wie gesagt, die meisten verhalten sich so, dass sie mit dieser Legion nach Norden ziehen. Ist in meinen Augen ein Riesenfehler und es gibt eine viel elegantere Lösung, die man berücksichtigen sollte und die baut auf Diplomatie. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch kurz was zur Politik und zur Diplomatie erklären. Denn viele Spieler unterschätzen auch diesen Part des Spiels. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Familien oder Häuser, wie auch immer ihr es nennen wollt. Da haben wir Cornelia, Junia und Papiria. Ihr seht jetzt hier, die mit den Togen, das sind Politiker. Die mit diesen roten Umhängen sind Generäle oder Admirele. Aktuell heißt das, eine unserer Legionen wird also von Dezimus Junius Brutus aus dem Hause Junia geführt und eine unserer Legionen wird von unserem Primus Interpares, also vom Familienoberhaupt unserer Familie geführt. Unsere Familie besteht aktuell nur aus unserem Familienoberhaupt und seiner Ehefrau. Wir haben noch keine Kinder, keine Enkelkinder, nichts. Hier kommt ein wichtiger Aspekt. Es ist extrem wichtig, dass ihr euch um die Dynastie kümmert, also sprich, eure Kinder auch verheiratet, damit weitere Kinder gezeugt werden. Wenn ihr Töchter habt, verheiratet die, denn die angeheirateten Ehemänner gehören zu eurer Familie. Denn es ist enorm wichtig, dass ihr alle Armeen und alle Flotten mit Kommandanten aus eurer Familie bestückt. Denn im Falle eines Bürgerkriegs bedeutet das, dass dann alle eure Armeen und alle eure Flotten loyal bleiben. Werden aber Armeen oder Flotten von anderen Häusern kommandiert, so wie jetzt hier zum Beispiel von dem Decimus Junius Brutus und die Junier starten einen Bürgerkrieg, dann geht die Armee von Junius Brutus zu den Rebellen über. Es hat für euch den folgenden Nachteil, euch fehlt effektiv diese Armee, der Gegner hat effektiv eine Armee mehr und diese Armee ist wesentlich schwerer zu besiegen, als die Armeen, die dann für die Rebellen KI generiert werden. Die haben zwar teilweise hohe Erfahrungswerte, denen fehlt aber die Tradition. Eure Legionen bekommen ja in die Vida Tempera auch Traditionen, ähnlich wie im Hauptspiel, aber halt hier ein bisschen ausgefeilter, werden dadurch stärker und besser. Das gleiche gilt für eure Generäle. Das heißt, wenn ihr auf die Art und Weise einen Teil eurer Truppen verliert, sind das harte Gegner. Das sollte man verhindern. Das nimmt Bürgerkriegen auch viel ihrer Spitze. Und der Punkt ist, ihr müsst die Loyalität dieser Familie möglichst lange erhalten, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Aktuell ist die Loyalität im positiven Bereich. Die sinkt aber ab, je mächtiger ihr werdet oder bei bestimmten Ereignissen oder wenn ihr die anderen Parteien nicht einbindet. Und deswegen macht es zum Beispiel Sinn, Geld zu investieren, um sich die Loyalität zu sichern, ab und zu zumindest. Aber schlauer ist es, dass man die verschiedenen Charaktere und Familien nutzt für diplomatische Missionen. Wenn ihr zum Beispiel Regionen habt, in denen die öffentliche Ordnung schlecht ist, also wirklich Minusbereich, dann wählt ihr einen aus einer Familie, die eine sehr niedrige Loyalität euch gegenüber haben und schickt die auf so eine Mission, dort Spiele auszurichten. Das erhöht die Loyalität der Fraktion euch gegenüber und das erhöht die öffentliche Ordnung in der Region. Eine andere Option ist, ihr könnt solche Charaktere auch auf diplomatische Missionen schicken. Dabei habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Ihr könnt zum Beispiel Beziehungen zu anderen Staaten verbessern. Es kann aber auch passieren, dass der Diplomat getötet wird. Was jetzt natürlich nicht sonderlich traurig ist, wenn das eine Fraktion ist, die eh eine niedrige Loyalität euch gegenüber hat. Denn dann fehlt da noch ein Charakter. Kann man ja wunderbar mit leben. Sollte man also hin und wieder mal machen. Generell ist dieser Bereich der Intrigen in die Viedertempera viel wichtiger und viel nützlicher als in der Vanilla-Variante. Es sollte unbedingt eingesetzt werden. Das mal als kleiner Start, bevor wir ins Spiel reingehen. Und wir werden jetzt gleich als Römer starten. Und dann geht's ans Eingemachte. Und ich zeige euch einen netten, ausgebufften, taktischen Zug, wie er einen Zweifrontenkrieg quasi in Runde 1 direkt beendet. Wie er in Runde 1 direkt mehr oder weniger kostenfrei, zumindest ohne Blut, eine weitere Region vor eure Provinz dazu bekommt. Und wie ihr dann mit zwei Legionen gegen Epirus vorgehen könnt. All das kommt jetzt. Starten wir also das Spiel. Situation hatte ich euch ja gerade schon erklärt. Wir werden jetzt erstmal hergehen und werden unsere Legionen umbenennen. Ich spiele ja auch mit der Submod, die die realistischen Legionsnamen für die Epochen hat und wo die Legionen unterschiedlich aussehen und unterschiedlich schon Daten haben. deswegen benenne ich die Legionen auch um und unten die Legionen in Richtung Sizilien. Das war historisch betrachtet oder klassisch die Fritenses, also Straßen, die hat die Meerenge bewacht und deswegen benennen wir die um und oben, das wird dann die Legion 1 Italica. Meistens ändere ich dann auch noch die Standarten in die Adlerstandarten, davon haben wir aber nur zwei und jetzt müssen wir hergehen, müssen einen Gouverneur platzieren. Das basiert auf dem Wirtschaftsguide, den solltet ihr, wenn ihr ihn nicht eh schon kennt, unbedingt anschauen und anwenden, denn damit macht die Widerhead Impera erst richtig Spaß. Vorher kann es sehr frustrierend sein, wenn man die Wirtschaft nicht versteht und keine starke Wirtschaft aufbauen kann. Bei den Gouverneuren habt ihr jetzt die Auswahl zwischen den Kostenpflichtigen, die haben nur zwei Skills, aber keine negativen, oder den Familienmitgliedern, die haben deutlich mehr Skills, aber auch negative und da muss man dann einen raussuchen, bei dem keine allzu gravierenden negativen Skills dabei sind und meistens bietet es sich an jemanden zu nehmen, der zum Beispiel nur minus eins Gross hat, also wo das Wachstum ein bisschen beschränkt ist, weil das kann man super schnell durch den Abgesandten und durch den Gouverneur selbst, die ja beide leveln, ausgleichen. Der kostenfreie Gouverneur hat halt den Vorteil, dass er kostenfrei ist, haha, und gerade am Anfang des Spiels ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. Deswegen nehmen wir einen, der Gross minus eins hat, aber sonst für uns als Stadthalter keine gravierenden Nachteile. Es ist uns egal, ob der irgendwie Nachteile hat im Militärbereich, denn der soll ja nicht kämpfen, das soll kein General werden, das soll ein Legat werden. Und das ist ein römischer Rang gewesen, ein administrativer Rang. Später wurden auch Kommandanten von Legionen als Legat bezeichnet, aber der Legatus war eigentlich im klassischen Sinne ein Verwalter, ein Administrator, ein Gouverneur und ich benenne die dann nach den Provinzen, also in dem Fall Latium, damit man in der Übersicht direkt sieht, zu welcher Provinz gehört denn der jeweilige Stadthalter. Genau, dann suchen wir uns jetzt hier einen Abgesandten aus, müssen halt gucken, dass das so am besten in unsere Strategie reinpasst. Zum Beispiel kann man jemanden nehmen, der Gross hat, damit gleicht man direkt wieder das Minus aus, was der Gouverneur produziert, also der Legatus. Oder man kann direkt auf Steuern gehen, das ist da halt so der Kern. Hier ziehen wir jetzt die Legion 1 rüber, damit die in Latium rekrutiert und die Legion 2 rekrutierte Magna Grecia, das ist aus dem Grund wichtig, weil ihr bei Divided Impera ja viel stärker auf eure Bevölkerung, auf die Bevölkerungsklassen achten müsst und dadurch ist eure Rekrutierungsmöglichkeit auch noch viel stärker beeinflusst. Und deswegen verteilen wir die Rekrutierung auf beide Provinzen. Hier wird es jetzt tricky, denn wir wollen erstmal Allianzen schließen, Handelsabkommen, um Geld zu verdienen, aber auch einen Kriegsbeitritt gegen die Etrusker, damit wir auf die Etrusker Druck ausüben. Denn dann haben wir diplomatisch eine ziemlich gute Chance, die Etrusker in nicht nur einen Friedensvertrag zu bekommen, sondern auch, dass sie einer Konföderation einwilligen. Und das ist quasi unser Ziel. Und nebenbei ist natürlich das zweite Ziel, durch diese Verträge auch noch Geld zu verdienen. Da solltet ihr immer gucken, dass ihr das Maximum rausholt, euch da rantastet. Wir haben jetzt quasi das erste Volk schon mal dazu gebracht, dass sie den Etrusker den Krieg erklärt haben. Wir haben ein Handelsabkommen, wir haben nicht Angriffsbekommen und wir haben Geld verdient. Hier ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Frieden schließen können, schon auf Heil gestiegen, weil die Bedrohungslage stärker geworden ist, aber es reicht noch nicht aus, um sie in eine Konfiguration zu bringen. Also bringen wir jetzt eine antike Supermacht ins Spiel, Kartago, und gucken mal, ob die bereit sind, mit dem Krieg einzutreten. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wir gucken erstmal, ob sie es direkt nehmen, nee, machen sie nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld zahlen. Und da tasten wir uns jetzt ganz vorsichtig ran, weil wir ein bisschen geizig sind, denn wir brauchen die Kopeken. Und gucken mal, welche Summen wir da ausgeben müssen, um die zu kriegen. Perfekt. Jetzt ist Kartago mit dem Krieg eingetreten und wenn ihr euch das jetzt mal auf der Diplomatie Karte gleich anguckt, dann werdet ihr sehen, wenn ihr die Etruska anklickt, alles was rot ist, sind die Parteien, die mit denen im Krieg sind. Jetzt wird es wahrscheinlich anders aussehen. Ja, das ist immer noch auf High, jetzt gehen wir auf Joint Confederation und siehe da, es ist ebenfalls auf High, weil die Bedrohungslage jetzt so hoch ist. Das heißt, wir haben das jetzt gemacht, wir haben Frieden geschlossen und eine Konföderation gebildet, haben jetzt die Etruska bei uns aufgenommen, ohne Krieg, ohne Kampf, ohne Blutverlust, haben eine zusätzliche Siedlung und haben einen zusätzlichen General, der ist glücklicherweise in eine der vorhandenen Familien gerutscht. Manchmal passiert es, dass der eine neue Familie bildet, das ist ein bisschen unschön, weil das dann die ganze Sache ein bisschen komplizierter macht in Richtung mögliche Bürgerkriege. Aber diesen neuen zusätzlichen General können wir dann direkt nutzen, um daraus einen weiteren Legatus zu machen für Magna Grecia. Und die Truppen, die er hat, die stecken wir direkt in unsere Legio Italica 1, um die ein bisschen aufzupowern. Das heißt, wir sparen uns sogar noch Rekrutierung im Sinne von Kosten und von Zeit. Also, das ist in meinen Augen der cleverste Weg, wie man mit den Römern startet. So hat man in der ersten Runde direkt das Problem des Zwei- Fronten-Krieges gelöst, hat seine Wirtschaft gestärkt, hat seine Armee gestärkt und kann sich dann mit beiden Legionen direkt um Epirus kümmern. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja, wie gesagt, ich wechsle gerne auf die Adler-Standarten bei den Hauptlegionen. Leider haben wir da nur zwei. Und das ist aber halt auch, wie soll ich sagen, nach eigenen Gusto, worauf man halt Bock hat. Muss man nicht machen, kann man machen. Das könnt ihr halt halten, wie ihr wollt. Aber ich mache das halt gerne so. Und das ist einfach so ein Gewohnheitsding, würde ich mal sagen. Soweit ist die erste Runde schon mal super gelaufen. Da noch eine kleine Anmerkung dazu. Es klappt nicht immer. Und manchmal braucht man auch deutlich mehr als zwei Länder, die den Krieg erklären. Und das ist ein kleiner Zufallsfaktor ist da mit drin. Aber es klappt halt sehr, sehr oft. Und das ist wie gesagt in meinen Augen der absolut beste Weg, um mit den Römern zu starten. Jetzt rekrutieren wir und zwar auf beiden Seiten. Klar, der Ausbau der Städte ist wichtig. Gar keine Frage. Das Einkommen ist auch total wichtig. Aber was bringt euch das Einkommen, wenn die Fraktion Epirus euch ganz königlich den Arsch aufreißt, eure Armeen plättet und euch Städte abnimmt? Dann habt ihr nichts davon. Deswegen müsst ihr da abwägen und müsst im Endeffekt beides machen. Truppenaufbau und Aufbau von Städten. Allerdings solange bis Taras erobert ist und die beiden Epirus Armeen besiegt sind, muss der Fokus auf Militär liegen. Und sobald man immer wieder Geld übrig hat, auch natürlich die Siedlung ausbauen, denn je mehr Truppen ihr habt, desto mehr Soldkosten habt ihr, desto weniger Geld habt ihr. Das ist natürlich ein bisschen tricky, aber es geht. Und ihr werdet im Laufe dieses Videos sehen, wie man das recht gut hinbekommen kann und wie man nach zehn Runden sehr sehr sauber dasteht, eine sehr gute Basis gelegt hat, um im Grunde genommen ein Imperium aufzubauen. und nicht vergessen immer wieder in den Diplomatie Screen gehen, vor allem dann, wenn ihr auch neue Völker entdeckt habt, so in Anführungszeichen, weil das wieder Chancen bietet für weitere Handelsabkommen und sobald ihr eure Häfen ausgebaut habt, in Handelshäfen, habt ihr mehr Möglichkeiten Handelsrouten aufzubauen. Das wiederum bringt natürlich Geld. Ähnlich ist es mit Ressourcengebäuden. Ihr könnt Gebäude bauen, in denen Salz produziert wird. Ihr könnt Gebäude bauen, in denen Wein produziert wird. Das geht natürlich nur in den Siedlungen, die diese Ressourcen haben. Und die Siedlungsgebäude dort können auch ausgebaut werden, produzieren dann auch mehr. Dementsprechend steigt dann euer Handelseinkommen, weil ihr einfach mehr Waren habt zum Handeln. Und je teurer die Waren werden, auf die ihr Zugriff habt, umso mehr steigt natürlich euer Handelseinkommen. Das, was ihr am Anfang habt, Fisch, Salz und Wein, sind sozusagen grundlegende Basic Handelswaren, die relativ wenig bringen. Das wird spannender, wenn ihr in Richtung Metalle geht, wenn ihr auf so Sachen geht wie Bernstein etc., dann wird es richtig, richtig lukrativ. Ja, wir gucken jetzt hier erstmal durch, was vertraglich geht, wo wir noch Verträge abschließen können. Non-Aggression ist immer gut, um halt nicht überraschend angegriffen zu werden und Fronten zu sichern. Gleichzeitig versuchen wir natürlich immer bei den Verträgen auch Geld zu verdienen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, Rekrutierung habt ihr gesehen. Da würde ich auch darauf achten, dass das ein Mix ist, der dem Bevölkerungspool auch so ein bisschen Rechnung trägt. Und, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, das muss dann auch eine funktionierende Legion werden. Also eine, mit der man auch kämpfen kann. Und zwar erfolgreich. Und so solltet ihr das dann halt aufbauen. Und unser Ziel ist es gleich in den nächsten Runden Epirus in eine Falle zu locken. Wir müssen mal schauen, wie gut das funktioniert. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich erkläre euch das dann auch. Und jetzt haben wir aber erstmal eine gute Grundlage geschaffen. Die erste Runde war super. Wir haben aus einem Zweifrontenkrieg einen Einfrontenkrieg gemacht, was auch schon mal super ist. Und wir haben Truppen für lau gekriegt. Wir haben einen Legat für lau gekriegt. Also im Endeffekt mega. Super gelaufen. Wir haben durch die Diplomatie ordentlich Einnahmen erzielt. Konnten das wieder alles in allem eine richtig gute erste Runde. Und das ist in meinen Augen auch viel viel besser als eine erste Runde, bei der man eine Armee nach Norden zieht, versucht die aufzubauen, um die Etrusker zu besiegen und dann unten bei Magna Grecia unterlegen ist, weil man eine Armee hat, die gegen zwei Armeen antreten muss, die dann auch noch ausrüstungstechnisch besser sind als wir. Und ja, das war Runde eins. So, nachdem wir in Runde eins jetzt effektiv die Etrusker in der Konföderation gebracht haben und sie jetzt quasi effektiv auf unserer Seite sind, werden wir jetzt wie folgt vorgehen. Wir übernehmen erstmal die etruskischen Truppen hier in unsere Legion. Ziehen die Legion dann hier hin, hacken die aber in einen Hinterhalt. Sollte die Stadt angegriffen werden, eilen die zur Verteidigung. So ist aber der Gedanke, dass sie nicht gesehen werden. Den lassen wir hier stehen. Der wird nämlich hier in Latium Truppen rekrutieren, die wir dann hier als Verstärkung reinpacken. Und das soll den Hintergrund haben, dass wir auf die Art und Weise den Truppenpool aus beiden Provinzen ausschöpfen. Denn wenn wir beide Legionen hier aufbauen würden, wäre der Truppenpool ratzfatz erschöpft. Und ich zeige euch auch, was ich damit meine. Wenn wir zum Beispiel hier auf die Plebs gehen, haben wir jetzt hier 3700. Würden wir jetzt 10 Prinzebs einhalten oder 10 Hastati Einheiten rekrutieren, dann wären 2000 davon weg. Wenn wir dann in Gefechten 1000 oder 1500 Mann verlieren, müssen die ja auch aus dem Pool geschöpft werden. Ergo müssen wir darauf achten, dass wir nicht alle hier rekrutieren, sondern hier oben in Latium auch. Denn hier haben wir beispielsweise sogar 6781 verfügbare. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Hier gilt es jetzt aber erstmal darum, hier die Armee zu stärken. Das machen wir jetzt mit zwei Prinzebs und weil wir nicht so viel Kohle haben und weil Elefanten Drohnen rekrutieren wir auch Sperrwerfer Plänkler. Die können wir uns leisten und wir ich bin gerade überlegen wir können hier glaube ich nur vier Einheiten rekrutieren. Ja wir ergänzen noch um eine Schleuderer Einheit. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld übrig. Wir werden jetzt hier schauen die könnten wir uns leisten. jetzt ist die Frage wir haben zwei Kavallerie zwei Triari zwei Prinzips und zwei Hastati und die etruskischen Hastati haben wir auch noch. Okay dann machen wir es so dass wir noch eine Hastati Einheit rekrutieren dann haben wir vier davon und wir gehen auf zwei weitere Javelin also zwei weitere Plänkler das wäre dann ideal gegen die Elefanten wir haben im Moment wenig Einkommen das wird sich ändern und dann wie ihr seht bauen wir Häfen das dauert auch noch fünf Runden und hier unten bauen wir ja gerade eine Farm auf und wir bauen hier eine Villa also die Grundlage für weitere Farmen oder Viehzucht das heißt dadurch wird auf jeden Fall mehr reinkommen und über die Handelseinkommen abkommen wird über Zeit auch mehr reinkommen allerdings haben wir jetzt erstmal eine Durstphase wo wir halt durch das ganze Truppen rekrutieren am Bauen gehindert werden das ist aber wichtig weil hier in kürzeren Angriff erfolgen wird das ist nur eine Frage der Zeit idealerweise kann ich Ihnen dazu überreden Beneventum anzugreifen mein Gedanke ist dass wir das so machen dass wir den Legatus von Magna Grecchia in Beneventum parken ohne Armee natürlich die rekrutierten Truppen übergeben wir vorher an die Legion bleibt weiter unsichtbar und wenn er die Aufklärungsreichweite bis auf die Stadt hat sieht er ein General ohne Armee wenn er dann angreift dann reißt man den Arsch auf also auf gut Deutsch gesagt und das ist so der grobe Plan bei unserem Glück wird der Gegner aber wahrscheinlich in den Süden einfallen deswegen werden wir da jetzt auch gleich weiter verstärken so wir packen die Truppen rein und packen den Legatus in die Siedlung hier haben wir schon ganz gut aufgebaut immerhin acht Infanterie Einheiten wir gehen jetzt hier auf zwei weitere Sperrwerfer und zwei Schleuderer damit sind wir zwar von der Truppen Verstärkung her leicht unterwegs aber bezahlbar und auf die Art und Weise steigern wir trotzdem die Kampfkraft und nächste Runde müssen wir mal gucken ob wir uns eine weitere Kavallerie Einheit leisten können gucken wir mal ob irgendjemand mit einer Beförderung ansteht ne ist keiner wir schauen mal ob wir per Diplomatie eventuell noch ein bisschen mehr Geld verdienen können ok die sind nicht daran interessierten Handelsabkommen zu schließen könnten natürlich versuchen die diplomatisch also indem wir einen Gesandten losschicken zu überzeugen Geht hier was ne das könnte vielleicht was bringen sehr schön wir haben ein bisschen mehr Kohle gemacht das gut die werden uns eh in Kürze den Krieg erklären wir probieren trotzdem hier noch ein bisschen Geld raus zu holen nee ich will ja von euch Geld ähm nein dann eben kostenfrei aber zumindest werden die Einnahmen gesteigert wir haben jetzt auf jeden fall schon mal wieder ein bisschen mehr Kohle das ist gut das könnten wir dann eventuell sogar jetzt schon so nutzen dass wir auf den verzichten und gucken es reicht nicht hm was machen wir hier ja dann bleiben wir bei dem ok hätten wir dann noch einen handelsplatz frei hätten wir ok dann schicken wir da jetzt einen charakter los los nehmen mal den vogel und schicken den hier rüber um auf gut wetter zu machen und je besser der wert wird im moment bei minus 42 um so höher sind die chancen dass die einem handels abkommen zustimmen so jetzt sind wir mal gespannt wo die Truppen aus Epirus gleich angreifen sollten sie tatsächlich nicht angreifen wir haben zwei Legionen voll dann gehen wir in den Angriff sehr schön das ist gebaut dann gehen wir jetzt auf die Zivil Forschung erstmal auf Nahrungsmittel Produktion und gucken mal Diplomatie mäßig wie sieht es jetzt aus die sind immer noch tief rot immer noch low okay das lassen wir könnten jetzt weiter rekrutieren hier hätten wir jetzt 17 Einheiten wir locken mal ein bisschen so auf die Distanz bekomme ich noch Unterstützung aus der Stadt wir gehen jetzt aber in Lagerstellung und hier müssen wir unbedingt verstärken weil wir brauchen für unsere Taktik Kavallerie so dann sind wir leider schon wieder pleite das ist halt am Anfang leider ein bisschen mühselig ich warte jetzt wirklich sehnsüchtig darauf dass er angreift der tauscht Truppen aus links und rechts okay dann sollten wir dem wirklich entgegen gehen ja das machen wir jetzt auch mal hier wäre jetzt natürlich eine Spionin gut um mehr Überblick zu haben was los ist aber die war halt einfach zu teuer wir gehen auf Verteidigungsstellung und hier ziehen wir auch nach und ich würde mal sagen wir gehen so weit dass wir aber noch in ein Lager reinkommen so das sollte eigentlich ganz gut passen und weiter geht's im Programm bevor wir jetzt die Runde beenden und Runde 6 starten haben wir natürlich noch Optionen und zwar gibt's eins zu bedenken wir sehen jetzt eine Armee hier und die Frage ist wenn er uns mit der Armee angreift müsste seine Armee noch in Reichweite sein um Verstärkung aus Epiros zu bekommen was für uns bedeuten würde dass wir uns dann zwei Armeen als Gegner gegenüber sehen die werden dann zahlenmäßig die gleiche Stärke haben vielleicht sogar mehr und jetzt ist die Frage können wir diese Armee mit Söldnern sinnvoll verstärken das hier wäre eine Sperreinheit die kann Phalanx Formation bilden und die hat Bonus gegen Elefanten die wären tatsächlich gut die kosten 1800 das heißt wir müssten jetzt den Bau irgendeines Gebäudes abbrechen um uns die Einheit noch leisten zu können Frage ist machen wir das oder machen wir das nicht das jetzt natürlich auch ein Pokerspiel wir machen das wir brechen ab wir kriegen das Geld zurück so wir rekrutieren die Söldner Einheit oder rekrutieren wir Kavallerie Kavallerie ist natürlich auch charmant das würde uns tatsächlich bei den Angriffs Optionen sehr stärken allerdings sind die auch sehr teuer wir können sogar beide ja perfekt okay jetzt sind wir wirklich perfekt aufgestellt um auch zwei Armeen abzufangen ich würde darauf wetten dass jetzt ein Angriff von Epirus erfolgt also zwischen Runde 5 und 6 und den Angriff müssen wir dann auch manuell abwehren denn der Punkt ist ja zwei Feld Armeen sogar wir sind jetzt aber zahlenmäßig tatsächlich stärker zumindest als eine Armee aber er hat zwei Armeen das heißt wir haben 4800 fast 4900 Gegner gegen unsere 3400 drei wirklich üble Pekinier Einheiten mit den Söldnern vier hier nochmal vier richtig üble Pekinier Einheiten der Elefant der Elefant ist richtig übel okay ihr seht auch Auto Resolve wäre der sichere Untergang das heißt wir werden jetzt in unserem Marschlager kämpfen das bedeutet wir können den Gegner an drei Toren kanalisieren und wir werden einen Teil unserer Truppen draußen halten um den Gegner sozusagen warm zu empfangen wenn er sich da einmal an den Marschlagern verbissen hat ich gehe mal davon aus dass die eine Armee von da kommen wird und die andere Armee von da vermute ich mal okay dann stellen wir jetzt entsprechend auf wir nehmen erstmal unsere Truppen raus als erste Linie der Verteidigung gucken wir mal die hier sind glaube ich ich mutmaßen dass die besser sind gegen Elefanten ja sind sie ja die nehmen wir hier als erste Verteidigungsreihe gehen wir mal auf Nummer sicher dass die auch wirklich in Phalanx Formation sind aber müsste eigentlich ja Leute wechselt mal die Formation wir müssen sie wahrscheinlich dafür neu platzieren damit wir das sehen jawohl die sind in Phalanx Formation das ist gut dann werden wir unsere Triarii hier platzieren wenn wir sehen dass der Gegner nicht von da kommt sondern von da dann werden wir die um platzieren die sind jetzt aber auch in Phalanx Formation bereit den Angriff abzuwehren und das gute ist durch die Etrusker haben wir noch Etruskische Repliten die bringen wir ebenfalls in Phalanx Position und lassen die erstmal hier die Stellung halten das werden die natürlich alleine nicht schaffen ergo verstärken wir die hier schon mal um unsere schwere Infanterie die dann übernehmen kann und wir lassen hier leichte Infanterie als Unterstützung eigentlich macht es mehr Sinn die Sperrkämpfer oder die Sperrwerfer im wie heißt das also in Flankenangriffen zu verwenden aber hier haben wir jetzt das Problem dass der Gegner ja auf jeden Fall angreifen wird und wenn wir draußen sind sind die Plänkler leider leichte Ziele deswegen lassen wir die hier drinnen und wir werden gucken dass wir die auch auf also entweder ziehen wir die zurück oder wir lassen sie nicht werfen bis die Elefanten da sind weil ich will da richtig reinhauen die Kavallerie fassen wir als Gruppe zusammen und die stellen wir mal hier auf und die Infanterie packen wir hier hin weil ich möchte einfach dass sich die feindliche Kavallerie auf die Tore konzentriert so jetzt haben wir deployables wir gehen ja nun mal davon aus also das ist jetzt die wette sozusagen dass der Gegner die beiden Tore angreift also werde ich hier auch die Blockaden aufbauen die den Gegner hindern die Mörderlöcher packen wir mal hier hin und hier machen wir tatsächlich zu das soll den Effekt bringen dass wir hier zur Not eine einzige Einheit stehen lassen um das abzusichern und den Rest als Unterstützung auf die anderen beiden Tore ziehen können also das ist so der Grundgedanke dabei ja so nah dran ist das Platzieren ein bisschen tricky ok wir haben alles platziert wir lassen kommen ok die erste Wette war erfolgreich der Gegner kommt von da das ist schön und mit Verzögerung wird dann die Verstärkung kommen wir parken jetzt unsere Kavallerie in dem Wäldchen da sind sie unsichtbar und die Infanterie naja die müssen wir dann hier parken habe ich am Anfang nicht mitgedacht ich hätte die näher platzieren können so wir lassen mal die Zeit ein bisschen beschleunigt laufen er hat uns gesehen ok hilft nix war ein dummer Zug hätte ich nicht tun sollen aber gut aus fehlern Lärm an ja und die zweite Wette haben wir so halb gewonnen er kommt da außer Schräge er versucht auch tatsächlich zu entkommen das ist halt der Nachteil Lanzenreiter sind äußerst effektiv im Ansturm allerdings sind die im Nahkampf Schrott sehr gut wir haben den feindlichen General am Tor besiegt oder ausgeschaltet besser gesagt und wir haben die Lanzenreiter Kavallerie ausgeschaltet hier frage ich mich gerade ja kann sein dass sie sich nicht im Wald verstecken können das könnte tatsächlich sein da kommt der Kavallerie Angriff der nächste das sind Tarantino Hippies also Tarantino Söldner Kavallerie die können sowohl Nahkampf Angriff als auch Sperrwurf die sind gar nicht so übel wenn man die hochgelevelt hat also wenn die Erfahrung gesammelt hat können die ganz schön übel austeilen wir gehen mal raus er greift aber an das ist für uns natürlich perfekt er wird hier ein bisschen behindert er rennt in die starke Phalanx Formation und er kriegt Wurfspeere das heißt der wird hier verbluten das seht ihr auch schon sehr schön die nächste Kavallerie Einheit wird hier wahrscheinlich versuchen durchzubrechen muss dann die Mauern einreißen das dauert ziemlich lange und das hat den Vorteil für uns wir ziehen mal die beiden hier rüber gegen die Elefanten denn da kommen die Elefanten und als Verstärkung geben wir dann schon mal unsere schwere Infanterie dahinter und packen dafür die leichte Infanterie als Verstärkung darüber so das schöne ist jetzt ist hier seine Distanz Einheit hinten freistehend da können wir jetzt gleich mit der Kavallerie reinholzen er bleibt auf Distanz kriegt aber von den Sperrwerfern Sänge da werden wir aber jetzt den Stopp Befehl geben denn ich will ja dass die die Elefanten angreifen verdammt ich muss die bewegen damit die aufhören so jetzt aber jetzt geht alles auf die Elefanten die verpacken eine Menge die haben richtig viele Hit Points aber die krachen jetzt auch in unsere stärkste Phalanx Einheit unsere Triarie hier greifen wir die feindliche Distanz Einheit im Rücken an und unsere Sperrwerfer sind leer geschossen ne die sollten nicht weg verdammt einmal verklickt verdammt nicht fassen die mal zusammen als Gruppe 2 und ziehen die dann mal hierhin zurück dafür können die näher ran die die Elefanten geben aber gerade auch richtig schön den Geist auf und unsere Kavallerie löscht gerade die feindliche Distanz Einheit aus wir ziehen nochmal zurück um neuen Sturmangriff zu machen damit machen wir dann einfach mehr Schaden die überlebenden Elefanten ziehen sich zurück die können wir jetzt zurück ziehen und ziehen dafür die frischen nach vorne die sind zwar schwächer aber wir können später wieder tauschen so hier kommt jetzt ein neuer Sturmangriff damit sollten wir die dann eigentlich brechen das ist sehr gut der feindliche General ist gefallen hier blinken schon zwei in Panik sobald wir drei oder vier Einheiten gleichzeitig in Panik versetzen besteht eine gute Chance auf Massenflucht so wir ziehen hier rüber und greifen dann diese Einheit im Rücken an so sehr sehr gut die haben wir auch in die Flucht geschlagen wir ziehen uns wieder zurück und holen uns hier die Infantriads Unterstützung die wir extra draußen geparkt haben hier macht Sinn die Linie wieder zu reformieren also also dass die wieder alle in eine gute Position gehen und hier verstärken wir und bringen auch die Linie in Position hier das gleiche so das sieht schon mal sehr sehr gut aus wir gehen weiter zurück zurück die 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 Flucht geschlagen die haben sich aufgelöst die Einheit hat keinen Zusammenhalt mehr könnte man sagen und jetzt greifen wir diese Sperrkämpfer an weil die sind auch nicht in Formation das heißt die sind jetzt relativ leichte Beute für einen Kavallerie Angriff und wir werden etwas machen wir werden mit unserem Chef die Motivation unserer Truppen steigern das steigert dann auch gleichzeitig nochmal die Kampfkraft ist ein zeitlich begrenzter Buff aber den nehmen wir natürlich mit so die Sperrkämpfer Einheit hat Verluste so wollten wir das ja auch hier kommt jetzt massiv Verstärkung wir rücken schon mal näher ran immerhin die sind jetzt wieder fresh die konnten sich erholen und unsere Hastati sind auch noch fresh da werden wir gleich wechseln hier ist unsere Infanterie und die Kavallerie können wir jetzt auch wieder zurück ziehen dass sie sich erholen kann aber vorher werden die hier ein bisschen verfolgen weil hier sind jetzt die schweren Phalanx Einheiten auf der Flucht aber die leben ja noch und wenn der Gegner oder nach der Schlacht besser gesagt sind sind das Überlebende also das heißt die gegnerische Armee wäre dann noch gewissermaßen kampfbereit zu einem gewissen Teil also die Überlebenden das wollen wir natürlich minimieren und gerade diese Phalanx Einheiten sind das schlimmste was der Gegner zu bieten hat und deswegen metzeln wir da ein bisschen rum die Infanterie ziehen wir nach hier ist jetzt die Massenflucht an dem Tor das ist super wir gehen hier schon mal rein und hier geben wir jetzt ein Angriffsbefehl unsere Kavallerie metzelt sich fröhlich durch die Gegner die dürften ja die sind active also die haben schon nachgelassen ich lasse die mal darüber gehen der Gegner hat keine große Freude mehr jetzt geben wir den Nahkampf Angriff für unsere Infanterie und hier wie gesagt lassen wir die flüchtenden Pikemen die ja fast noch volle Stärke haben aber die halt einfach erschöpft sind und aufgrund ihrer Verluste ist da die Moral zusammengebrochen die lassen wir jetzt niedermachen und danach muss ich unsere Kavallerie erholen bevor wir da drüben auch Flanken Angriffe oder Rücken Angriffe starten können sehr gut wir haben das hier erledigt die Gegner sind platt das heißt wir ziehen diese Truppen jetzt raus das Tor werden wir natürlich nicht unbewacht lassen dafür nehmen wir jetzt aber Einheiten die ansonsten nutzlos wären nämlich unsere Plänkler die sollen einfach nur verhindern dass hier ein Gegner durchkommt nicht mehr nicht weniger die Einheit oder die beiden Einheiten schicken wir auch raus und als zusätzliche Verstärkung bekommen die Sperrkämpfer bzw. die Phalanx Einheit hier auch noch Plänkler eigentlich nicht notwendig aber wir machen das jetzt einfach mal so und dann ziehen wir mit diesen Infanterie Einheiten hier ums Lager rum und fallen damit den feindlichen Phalanx Einheiten in den Rücken zwischendurch machen wir aber eine kurze Pause dass sich zumindest die Einheiten die nicht erholt sind ein bisschen erholen können und mit der Kavallerie gehen wir jetzt langsam hier rüber so das läuft die kavallerie die da oben bricht schon zusammen also unsere kavallerie ist schon gar nicht mehr notwendig die 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 dann quasi nur noch zum aufwischen da lassen wir den ersten schon mal von da angreifen die brechen jetzt quasi instant zusammen da ist es passiert damit ist die feindliche kavallerie die letzte zusammen gebrochen beziehungsweise es war gar keine kavallerie das war eine sperrkämpfer einheit egal die ist trotzdem zusammen gebrochen wir umrunden hier mit den truppen und greifen aber erstmal nur mit den frischen an die bisher nicht im kampf waren die erholt sind und hier positionieren wir unsere kavallerie die dann da aber erstmal wartet die soll sich dann erstmal erholen das hier hält ja die Hopliten sind sehr erschöpft die bekommen jetzt auch erstmal eine pause und als weitere verstärkung schicken wir hier die plänkler hin die sollen natürlich nicht direkt eingesetzt werden die sollen nur unterstützen falls es da probleme gibt und mit unserem general gehen wir ein bisschen näher ran weil ich will meine truppen pushen und will kommando fähigkeiten nutzen ich werde inspire raushauen damit das ganze ein bisschen schneller geht gehen wir mal auf beschleunigung ja die sind tired also die sollten jetzt erstmal nicht kämpfen aber wie gesagt so ein inspire kann er ja mal raushauen so genau jetzt und hier müssen wir jetzt gleich mal schauen die sind immerhin schon mal active das ist schon mal gut die ziehen schon mal näher ran fresh auch active die können dahin was ist mit denen die sind sogar eager die mörderlöcher sind noch nicht komplett ausgelöst heißt ich sollte da nicht so nah ran aber ich will hier die flucht verhindern deswegen kommt hier die blockade hin ja okay ich löse hier gerade selber aus wir geben jetzt hier einen angriffs befehl und auch angriffsbefehl in den rücken wir greifen auch von der seite an und wir gehen mit dem general näher ran und machen rally hier bricht gerade schon die moral zusammen da gehen wir aber nicht auf defensive sondern wir gehen auf angriff das gleiche hier nein sie waren schon leute ihr sollt angreifen nicht zurück latschen sehr sehr gut eine hastati einheit ist so runter gerockt dass sie zurück zieht das aber nicht weiter wild genau der gegner ist zusammen gebrochen und wir werden jetzt natürlich den teufel tun und die schlacht beenden wir werden das jetzt königlich ausnutzen und werden alles was hier überlebt jagen und zur strecke bringen denn alles was wir jetzt ausschalten können ist nachher nicht mehr vorhanden um eine überlebende armee oder überlebende armeen zu bilden unsere verluste sind aber echt überschaubar aber wenn ihr mal guckt wir haben eine kavallerie die ist zur hälfte runter gerockt und wir haben eine hastati einheit die ungefähr auf ein drittel runter gerockt ist oder ein viertel und dann halt eine söldnereinheit die ja auf zwei drittel runter ist das sind super überschaubare verluste wenn man bedenkt dass der gegner zahlenmäßig überlegen war mit zwei armeen angegriffen hat und elefanten am start hatte also das muss man sich halt einfach mal picken und dafür ist das ergebnis einfach nur extrem gut und wir haben ja gleich den charmanten Vorteil dass wir noch eine zweite armee haben in magna grecia und die ist frisch und mit der armee können wir auch rangehen und können die dann die federführung übernehmen lassen ich denke aber wir werden da vorher einen eigenen general reinpacken weil wenn ich mich recht entsinne gab es noch ein Familienmitglied was wir benennen können dann haben wir nämlich schon mal beide armeen unter unserer kontrolle was halt sehr sehr gut wäre und wenn es richtig gut läuft können wir gleich sogar taras erobern und haben dann magna grecia vereint was unsere wirtschaftskraft steigern würde unseren rekrutenpool erweitern wird und ja epirus eigentlich vom feld nimmt weil sie haben dann natürlich noch ihre siedlung in griechenland aber sie sind dann schon mal mega geschwächt weil sie halt ihre hauptsiedlung verloren haben sobald wir die erobert haben natürlich und sie haben ihre hauptarmeen verloren okay ich würde sagen das war's wir quitten heroic victory soll wohl so sein wir haben ja immerhin zwei feindarmeen den arsch aufgerissen und da seht ihr es wir haben gerade mal 428 mann verluste und haben aber 3200 getötet hier seht die losses sind höher das heißt wir haben auch noch einige gefangen genommen und das ergebnis ist halt einfach super und so ein ergebnis könnt ihr halt fast immer erzielen wenn ihr selber spielt denn die naja wie soll ich sagen diese automatischen kämpfe sind immer schlechter und wenn ihr phalanxarmeen habt dann sind die automatischen kämpfe grottenschlecht denn dann verliert ihr kämpfe die ihr manuell nahezu verlustfrei also ich meine mit 50 60 toten gewinnt die verliert die KI und deswegen spielt jedes wichtige Gefecht selbst und gerade in den ersten Zügen ist das extrem wichtig weil die ersten 10 Züge bestimmen das komplette spätere Spiel also die nächsten 50 bis 100 Züge trödelt ihr am Anfang rum seid ihr inaktiv lasst ihr den Gegner aufbauen entweder reißt euch der Gegner den Arsch auf oder ihr habt einen sehr sehr blutigen Weg um etwas an der Situation zu ändern haben jetzt haben wir verschiedene Optionen wir können Geld nehmen was wir gut gebrauchen können oder wir können Sklaven nehmen Sklaven pushen unsere Wirtschaft extrem allerdings ist das dann der langfristige Effekt ich brauche aber jetzt direkt Kohle deswegen nehmen wir Lösegeld die ziehen sich jetzt zurück das ist soweit gut und jetzt werden wir richtig lustig spielen jetzt werden wir nämlich folgendes machen wir werden mit der einen Armee Taras belagern und mit der zweiten Armee werden wir seine stärkere Armee angreifen und auslöschen das heißt vorausgesetzt wir kommen dran müsste aber klappen die werden sich dann höchst wahrscheinlich zurückziehen dann haben wir zwei Armeen hier können Taras damit angreifen und wischen ganz easy nebenbei auch noch mit dem Rest dem Boden auf so wir gucken mal der hiesige legat ist decimus junius brutus wenn wir den jetzt ersetzen wollen würden gucken wir mal haben wir einen von haus julian ne haben wir nicht schade da habe ich mich also vertan naja gut vielleicht später dann werden wir jetzt aber erstmal zusehen dass wir hier natürlich die beförderung verteilen wichtig ist meiner Meinung nach Logistik wegen dem replacement und weil es halt die Kosten für die Armeen reduziert und ansonsten sind für den kämpfenden General der Warrior sehr sehr wichtig einmal wegen der Ausbildung und natürlich auch weil ihr die Kampfkraft der Einheiten erhöhen könnt und der Commander ist sehr wichtig wegen Dread Commander das reduziert die feindliche Moral das ist extrem hilfreich da gehen wir jetzt auch mal als erstes drauf so und dann gucken wir mal was können wir denn besser kommen wir zu einer Belagerung weil das ist ja die unverbrauchte Armee perfekt die sollen weiter belagern und jetzt kann unsere erste Armee nämlich hier die angeschlagene Truppe verscheuchen und wir gehen näher ran und gucken mal wie sieht es denn jetzt aus jetzt sieht super aus das würde ich jetzt tatsächlich auf Autoresolve machen dann gucken wir mal wo haben wir die höchsten Überlebensraten das ist bei balanced das machen wir jetzt wurde die Stadt Garnison ausgelöscht und die beiden Folge Armeen wurden ausgelöscht und wir haben jetzt die Wahl Occupy damit habt ihr am wenigsten Unruhe allerdings muss man sagen das ist jetzt eine griechische Stadt wir sind Römer das heißt wir müssten eh alles neu bauen deswegen nehme ich hier das Loot Plünder sozusagen die öffentliche Ordnung geht runter gar keine Frage aber wir haben Kohle um alles um zu bauen und es bleibt sogar noch was übrig so sehr sehr schön gelaufen da haben ein paar Mannequin überlebt ist nicht wild wir gehen raus aus der Stadt und ich würde sagen wir gehen folgendermaßen vor wir setzen jetzt den guten Lucius hier ein um Spiele zu organisieren in Magna Grecia um da die Stimmung zu heben dann gucken wir mal ob wir können hier niemand befördern schade wir können aber die Söldnereinheiten auflösen denn die sind relativ teuer das Geld können wir uns sparen und jetzt gehen wir auf Patrouille das reduziert die Negativ Punkte die es hier gibt und wir würden jetzt aktuell minus 41 pro Runde kriegen das ist natürlich hart das können wir aber jetzt die eine Runde auf jeden so hier gehen wir auf Landwirtschaft das bauen wir aus wir wollen die Auxiliar Baracken und die Siedlung jetzt haben wir natürlich viel Kohle rausgehauen das ist es aber total wert das war auf jeden Fall eine mega erfolgreiche Runde und wir haben jetzt die Möglichkeiten sobald die beiden Armeen aufgefrischt sind hier überzusetzen und Apollonia zu erobern das gibt uns einen Fuß in Griechenland super wichtig außerdem ist Epirus dann komplett vom Feld das ist aber ein bisschen riskant denn Syrakrus wird uns höchstwahrscheinlich wenn sie es noch nicht gemacht haben den Krieg erklären wir gucken mal noch haben sie es nicht getan aber Syrakrus und Kartago die werden in Kürze den Krieg erklären das ist safe weil wir jetzt Magna Grecia erobert haben und damit unser Einfluss steigt damit werden wir zur Gefahr und deswegen ist es ein riskanter Move hier überzusetzen und das zu erobern besser wäre es vorher eine dritte Legion zu haben allerdings ist das mit der dritten Legion so eine Sache um die dritte Legion zu bekommen müsst ihr den Imperium Status hochsetzen und um den Imperium Status oder Level hochzusetzen müsst ihr mehr Provinzen erobern also werden wir jetzt erstmal eine Weile mit den zwei Legionen auskommen müssen denn wir haben ja die anderen beiden Armeen genutzt um Legaten einsetzen zu können was auch eine wichtige Entscheidung ist denn die pushen halt einfach die ganzen Werte wir werden den einen Legat jetzt hier nach unten verlegen und den Legat pushen wir in Richtung Agrar also natürlich auch Steuern aber primär Agrar und der hier oben wird primär auf Steuern und auf Empire Maintenance senken gepusht denn nein das lehne ich Löcher noch erobern denn Latium ist eine der mächtigsten und reichsten Provinzen im Spiel und wenn man die richtig ausbaut bringt die genügend Geld ein um nur mit Latium vier bis fünf Armeen und ein bis zwei Flotten zu unterhalten und ihr könnt alle anderen Provinzen ausschalten was die Steuer betrifft das gleiche gilt für Griechenland und für Kleinasien außerdem für Ägypten also sprich Kairo und Co und dementsprechend sollte man auch zusehen dass man sich solche Provinzen angelt und die dann aber auch richtig ausbaut so hier haben wir jetzt den Aspekt wir frischen jetzt alles aus dieser Region auf das reduziert hier aber enorm den Bevölkerungspool und das wiederum bedeutet dass wir eine der Legionen nach Norden nach Latium versetzen müssen um dort aufzufrischen das machen wir mal mit dieser Legion hier was brauchen wir hier die können wir hier gar nicht auffrischen die lösen wir auf so wir gehen folgendermaßen vor ich will die ja hier unten nicht schutzlos zurück lassen deswegen verstärken wir die so gut es geht und nehmen dafür angeschlagene Truppen mit so das ist doch schon mal eine ganz gute Sache aber wir müssen noch mehr mit nehmen oder wir geben nicht so viel ab ja machen wir so so jetzt kann die legio 1 hochziehen was natürlich ein bisschen dauert dann können die sich drüben auffrischen in latium und können da auch neue Truppen rekrutieren und die legio 2 ist jetzt rein zahlentechnisch auf maximaler stärke was die Einheiten betrifft allerdings auch ziemlich runtergerockt und es wird hier jetzt auch eine Weile dauern bis die wieder aufgefrischt sind aber die sind auf jeden Fall stark genug um diesen einen Generalplatz zu machen und eventuell Angriffe abzufangen eigentlich hätte ich hier gerne ein Aquädukt gebaut was wir aber noch nicht erforscht haben damit der Bauplatz nicht zur Ruine wird und so runterreißt werden wir hier was anderes bauen worauf gehen wir denn was bringt uns denn am Anfang irgendwelche Bonis gehen wir erstmal auf den Tempel den können wir nachher immer noch abreißen sobald wir die Aquädukte erforscht haben ja sehr schön das sieht schon mal gut aus wir müssen jetzt ein bisschen Geld sparen und dann bauen wir hier auch aus so und ihr seht das alles haben wir in nur sieben Zügen erreicht und ich bin mir sehr sehr sicher dass die wenigsten von euch auf die Art und Weise mit Rom gespielt haben da würde ich mich auch mal sehr freuen wenn ihr mir Kommentare dazu da lasst und mir mal so sagt ob diese Art mit Rom zu spielen für euch neu ist oder nicht denn ich persönlich finde das ist eine der elegantesten Methoden sich am Anfang der Etrusker zu erledigen und die quasi direkt einzuheimsen und es ist auch eine sehr elegante Methode um dann mit einer Truppen Konzentration gegen Epirus vorzugehen Epirus vom Feld zu nehmen und sich dadurch zu verstärken so der gute Dezimus Junius hat auch wieder gelevelt wir gehen aber wieder auf Patrouille und die Legion hat Traditionen gewonnen das ist auch wichtig ihr könnt Angriffslegionen formen das sind dann die Vanguard Legions mit den entsprechenden Fähigkeiten die Garrison Auxiliars sind Verteidigungslegionen und die Engines of War sind quasi Legionen die darauf spezialisiert sind Städte zu belagern und zu erobern und die eignen sich besonders gut um da auch Kriegsmaschinen mitzunehmen ich persönlich finde ein Mix aus allem eigentlich ganz gut mit Schwerpunkt auf Vanguard und ja zweiter Schwerpunkt wäre dann Garrison und nur vereinzelt die Engines aber das ist ja auch wieder Geschmackssache ich habe damit halt die besten Ergebnisse gehabt ich nehme auch erstmal die beiden Hauptfähigkeiten und dann nehmen wir das hier Keepers of the Peace damit erhöht diese Legion nämlich automatisch die Public Order um drei und das können wir im Moment sehr sehr gut gebrauchen aber zusammen mit den Spielen die ausgerichtet wurden und den Patrouillendienst plus dieser Fähigkeit sind wir jetzt im Plus Bereich das heißt wir mussten hier noch nicht mal die Steuern abschalten wir können weiter Steuern erheben ohne dass die öffentliche Ordnung absackt und das ist halt ein wichtiger Punkt da sind wir auf dem Weg nach oben hier ist das schöne sobald die auxiliary Kasernen stehen können wir die Soki Einheiten rekrutieren und das gibt uns charmante wir müssen aber auch das Einkommen steigern ganz wichtige Sache wir haben ja jetzt hier schon die zwei Handelshäfen das ist natürlich gut das reicht aber bei Weitem nicht wenn wir hier das Ganze erweitern steigern wir die Weinproduktion deutlich das steigert unser Handelseinkommen das gleiche gilt hier für Salz das gleiche gilt hier für Fisch hiermit würden wir generell Rom steigern und damit halt auch die kompletten Einnahmen steigern und auch die Baumöglichkeiten damit werden wir anfangen als nächstes werden wir nächste Runde das Feldlager abreißen und werden dafür eine Weinproduktion hinzimmern hier werden wir eine Salzproduktion hinzimmern und hier kommt Fisch hin alles um die Handelseinnahmen zu stärken Soweit erstmal der Plan das wäre jetzt Runde 8 kommen also nur noch zwei Runden ach ja wir haben vergessen ihn zu befördern das wollen wir natürlich nicht außen vor lassen denn das bringt uns ja auch einiges und jetzt gehen wir tatsächlich auf Logistik und auf Rekrutierung auf die Art und Weise sind die Solltkosten schon mal um 5% gesunken für diese Armee und wir haben 5% plus bei Rekrutierung also umso schneller wenn wir dann Personal haben ist diese Armee wieder auf voller Stärke was wichtig ist so weit so gut und die ersten zehn Runden sollten auf jeden Fall dazu dienen Latium und Magna Greca zu erobern zu sichern die Bedrohungen auszuschalten per Diplomatie die Grenzen zu sichern und uns darauf vorzubereiten Syrakrus zu bekämpfen und zu erobern und mit Carthago in den Krieg einzutreten so dass wir Sizilien erobern können denn Sizilien wird unsere erste Kornkammer die erste Provinz in der wir primär auf Agrar setzen und wie der Name schon sagt Kornkammer die uns ernähren wird und dann werden wir nämlich Magna Grecia zur Militärprovinz umbauen obwohl die nicht ideal ist das ist besser wenn man dafür Provinzen nimmt die vier Siedlungen haben weil dann die Truppen die man nachher rekrutieren kann einfach deutlich besser sind dafür wird sich zum Beispiel eine Provinz eignen wie Sekunde ja hier ist es nicht aufgeklärt aber hier in Spanien das wird sich halt eignen da hat man vier Provinzen das sagt eine Region also eine Provinz mit vier Regionen so und da kann man halt eine richtig gute Militärprovinz draus machen aber da wir das ja erstmal alles erobern müssen und bis dahin ja Truppen brauchen macht es einfach Sinn in Magna Grecia auf Truppen zu gehen ok so weit so gut gute Runde unser Einkommen steigt auch wie ihr seht und zwar sehr schön deutlich und das werden wir jetzt in diesem Video nicht mehr sehen weil die meisten Gebäude erst in Runde elf fertig werden aber durch die durch das Upgrade der Stadt durch den Bau des Hafens durch das Upgrade der beiden Siedlungen und auch hier durch die Farm steigt unser Einkommen weiter an die öffentliche Ordnung steigt an also wird besser und unsere gesamte Basis wird dadurch besser das nun mal so als Erklärung und im Grunde genommen brauchen wir jetzt ungefähr vier, fünf Runden um uns auf den nächsten Krieg vorzubereiten idealerweise so dass wir ich sag mal in Runde 15 falls Syracuse bis dahin den Krieg noch nicht erklärt hat uns Apollonia holen oder wenn wir schon Beef mit Syracuse haben dann marschieren wir darunter und machen die platt und ihr seht das Ganze ist eine Mischung aus Blitzkriegstaktiken und Schlagen aus der Hinterhand also das war eine Strategie des Feldmarschalls von Mannstein wo es im Endeffekt darum geht dass dass man seine Truppen in möglichst gut befestigten Stellungen hat den Gegner angreifen lässt der Gegner rennt also gegen die befestigten Stellungen an hat enorme Verluste und dann startet man einen Gegenschlag auf den stark dezimierten Gegner und vernichtet den also das ist im Prinzip Schlagen aus der Hinterhand und das ist ja das was wir mit dem Marschlager gemacht haben und die Römer haben ja in der Realität immer diese Marschlager verwendet also fast immer bis auf einige unrühmliche Ausnahmen und immer wenn sie diese Marschlager verwendet haben waren sie halt recht sicher und konnten sich vor Angriffen schützen und hier ist es halt eine wunderbare Möglichkeit das als Verteidigungsoption zu nutzen wir brauchen Geld hatten wir gesagt aber wir brauchen auch Wachstum wir haben hier aktuell ein Wachstum von 13 was schon ordentlich ist also gehen wir erstmal auf Geld dazu würde ich sagen wir gehen auf Wein nächste Runde bauen wir den Tempel um auf ein Tempel des Merkur denn das ist der nächste Punkt die Provinzen die für die Finanzen zuständig sind für die Steuern sollten 3 bis 4 dieser Merkur Tempel haben denn die Effekte sind stapelbar und wenn man sich anguckt schon auf der niedrigsten Stufe wird das Einkommen aus allen Quellen also das vorletzte unten um 5% erhöht auf der höchsten Stufe wird das Einkommen aus allen Quellen um 20% erhöht und jetzt rechnet das mal 3 oder mal 4 je nachdem wie viel Tempel ihr davon habt das ist enorm wenn man das dann noch kombiniert mit den Fähigkeiten der Gouverneure die ihr ja in den Städten platziert habt und der Gesandten die man darauf trimmt dass sie die Steuereinnahmen erhöhen sollen und die Empire Maintenance senken sollen dann kommt hier ein unglaublich hohes Einkommen bei raus und wir haben jetzt schon 5692 nur aus dieser einen Provinz im Vergleich dazu hier sind wir gerade mal bei 969 und wir haben Latium noch gar nicht richtig aufgebaut das gleiche gilt dafür Sklaven Sklaven sind enorm wichtig für die römische Wirtschaft und wir brauchen Sklaven mag jetzt doof klingen aber ist de facto so und ihr seht auch hier was die Sklaven Population für einen Effekt auf die Ökonomie hat super super wichtig und je mehr Sklaven ihr habt desto mehr Kohle rollt rein und deswegen ist das halt auch ein extrem wichtiger Aspekt den man nicht unterschätzen darf 20% nur durch die paar Sklaven die wir haben und ihr seht auch 13% gehen durch Empire Maintenance runter deswegen ist es so wichtig die Empire Maintenance zu reduzieren und da kommt der nächste Aspekt ins Spiel eure Dynastie also wir brauchen Nachwuchs wir brauchen Kinder und es müssen sowohl die Männer als auch die Frauen befördert werden sobald das geht denn schaut mal hier wenn man die Ehefrau auf die Ehefrau befördern kann dann steigt der Ertrag aus Entertainment oder Kultur Gebäuden die Loyalität für die eigene politische Partei wechs stärker an zwei Gravitas pro turn und auf den höheren Stufen reduziert das sogar die Empire Maintenance enorm wichtig das gleiche gilt im Endeffekt auch für die Charaktere die dann politische Ränge einnehmen können wobei das jetzt für den Fraktionslieder leider nicht gilt dafür müssen wir halt Familienmitglieder haben aber das ist so ein Aspekt den solltet ihr unbedingt ins Auge fassen und auch wenn die Beförderung natürlich Geld kosten sie sind es absolut wert ok beenden wir die Runde stopp wir haben noch eine Beförderung offen gut dass uns das Game darauf hinweist sehr schön der Legat kann befördert werden dann gehen wir jetzt direkt auf Bürokratie allein schon das bringt uns eine Reduktion der Baukosten um 10% das heißt jedes größere Gebäude was wir jetzt zusätzlich bauen wird schon mal deutlich günstiger mega hier drüber können wir die Steuerrate erhöhen die Einnahmen aus Kulturgebäuden erhöhen und das Banditentum reduzieren das ist auch enorm wichtig weil das Banditentum wird ansteigen wenn wir Wirtschaftsgebäude bauen die Rohstoffe produzieren also müssen wir gegensteuern mit Gebäuden und mit Charakteren das hier ist auch wichtig es hält die öffentliche Ordnung hoch und es verstärkt die zivile Forschungsrate das heißt ihr erforscht schneller super wichtige Fähigkeit hier drüber bekommt ihr Nahrungsmittel und ihr bekommt auf den höheren Stufen auch Wachstum meine ich und hier habt ihr eine Steigerung des Einkommens über Industrie über Handel und das Commercial Stimulation Edict wird gefördert was auch enorm wichtig ist also eigentlich sind die alle vier wichtig was auch noch interessant ist wenn ihr ein Legatus ausbildet sind zum Beispiel dann hier dieser Punkt hier wird die Empire Maintenance gesenkt und hier steigern wir die Militär Forschungsrate also das sind echt interessante Aspekte und ich mache es normalerweise so dass ich später auch Flotten nehme die ich nicht als Flotten einsetze sondern als Legat 2 beispielsweise in so einer Provinz und der geht dann nicht primär auf Steuern sondern da mache ich dann so eine Mischung aus Steuer und Forschung beispielsweise um das stärker zu pushen aber wir wollen jetzt erstmal hier die Einnahmen steigern ja das ist für Kampfeinhalten das macht da keinen Sinn okay soweit so gut das wärs dann quasi auch erstmal für die Runde damit wäre Runde 8 erledigt und wir gehen über zur Runde 9 schauen wir mal ob Syracrus uns genug Zeit lässt um wirklich aufzubauen wäre natürlich schön weil das natürlich dann den Kampf deutlich erleichtert wenn wir da jetzt unvorbereitet reingehen müssten wäre das für uns um einiges härter aber trotzdem sehr machbar weil im Grunde genommen kann man auch Syracrus kommen lassen mit einer vollständigen Legion die Angreifer in Magna Grecia abfangen und aufmischen die Legion wieder auffrischen rüberwandern nach Syracrus in Verteidigungsstellung gehen sich angreifen lassen auf die Art und Weise die mobile Armee und die Garnison der Stadt abschlachten und dann die Stadt quasi frei von Gegenwehr erobern so unsere Forschung geht auch gut voran hier läuft die Auffrischung auch das ist gut und wir brauchen halt erstmal mehr Geld also gehen wir jetzt erstmal auf den Tempel und dann reißen wir hier die Kaserne ab und setzen da auch noch ein Wirtschaftsgebäude hin oder noch ein Tempel ich tendiere eher zum Tempel weil das Weingebäude bauen wir ja gerade schon und bei der Nahrung werden wir dann auch gleich mal gucken wie wir da weitermachen wie sieht es denn hier aktuell aus mit der Zufriedenheit plus 10 das ist ziemlich gut haben wir hier unten was was wir bauen können ja können wir hier ist die Zufriedenheit auch gut ok dann bauen wir erstmal das aus steigert die Wein Produktion die öffentliche Ordnung und das Wachstum die Stadt sieht auch gut aus wir gucken mal rein wie denn die das Wachstum hier aussieht ja das ist gut unsere Garnison ist natürlich noch total schwach auf der Brust wobei stimmt eigentlich gar nicht nur die Italian Swordmen sind schwach auf der Brust der Rest ist eigentlich schon ganz gut da wir müssen aber hier die Stadt ausbauen damit die Stadt Verteidigung wirklich sinnvoll ist im Moment sind die zu schwach ich bewege aber jetzt schon mal meine Einheit ein bisschen weiter wir sind zu weit weg würde ich sagen ja so können wir noch die Stadt verteidigen aus der Distanz jetzt gehen wir wieder auf Patrouille auf die Art sind wir ein bisschen näher ran gerobbt und sind dann schneller hier unten das ist auch nicht unwichtig aber wir müssen jetzt mal gucken wie sieht es denn hier aktuell mit der Bevölkerung überhaupt aus wir sind dabei den Rest zu konvertieren das heißt wir werden aber als erstes beim Tempel auf einen Tempel gehen der den Fokus auf Cultural Conversion legt umwandeln weil Zufriedenheit ist ja okay aber die Zufriedenheit wächst auch wenn wir im Endeffekt mit den Römern absolut die Oberhand haben hier ist es auch gut allerdings sind die Kelten auf dem Vormarsch das werden wir aber ändern sobald die Tempel fertig sind ja würde sagen auch eine sehr gelungene Aufbau Runde kommen wir also zur letzten Runde zu Runde 10 das schöne ist ja dass wir es auf jeden Fall geschafft haben beide Provinzen sauber zu erobern gut auszubauen die Wirtschaft zu stärken und uns bereit zu machen für den nächsten Krieg und der wird kommen definitiv und wir haben somit in den ersten 10 Runden das Fundament für unser Imperium gelegt wie gesagt lasst mir auf jeden Fall dann auch gerne einen Kommentar da wie es bei euch so läuft kleiner Hinweis noch Es ist nicht garantiert dass die Etrusker zustimmen also was die Konfederation betrifft das ist so ein bisschen zufalls abhängig und es hängt ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab manchmal reicht es wenn man zwei Länder dazu bewegt in den Krieg zu erklären manchmal muss man so viel wie möglich dazu bewegen und manchmal reicht selbst das nicht hin und wieder macht es auch einen Unterschied ob man die eigenen Armeeslots vollgemacht hat also vier Armeen stehen hat dann kann es sein dass die Etrusker auf gar keinen Fall der Konfederation zustimmen manchmal hilft es einen Slot freizulassen so dass der Etrusker Anführer dann halt in einen der römischen Haushalte wechseln kann das birgt aber das kleine Risiko dass dadurch eventuell eine neue politische Partei entsteht also quasi eine neue Familie in unserem Fall ist der hier zu diesen Papier gestoßen gehört er jetzt zu denen er hätte aber auch genauso gut ein komplett eigenes Haus aufmachen können und das würde natürlich dann auch wieder das Bürgerkriegs Risiko erhöhen was etwas ist was natürlich auch nicht schön ist so hier gehen wir jetzt auf den Ausbau der Siedlung zum einen bringt uns das mehr Wachstum zum anderen bringt uns das mehr Einkommen und der wichtigste Punkt im Moment es gibt mehr Truppen in der Stadt also eine bessere Verteidigung somit braucht man nicht zwingend eine Armee um die Stadt direkt zu verteidigen das wäre halt da ein wichtiger Aspekt und ihr habt ja gerade gesehen durch unseren Macht Zuwachs steigt die Unbeliebtheit auf Sizilien der Kartager greift gerade Syrakrus an und wird Syrakrus auch erobern und sobald Syrakrus gefallen ist erklären die uns den Krieg das heißt wir werden dann mit der Armee hier runter ziehen müssen müssen dann hier die Stellung halten und müssen die zweite Armee aufbauen und ebenfalls runter ziehen um halt dort unten für Ruhe zu sorgen die will ich aber nicht komplett hier oben aufbauen denn ich will ja wie gesagt die Soki Einheiten rekrutieren und das können wir eigentlich ja wir könnten es jetzt schon machen ich zeige euch auch mal die Einheiten um die es mir geht also interessant sind die hier wir haben hier die normale nein wir müssen anders gucken hier wird alles angezeigt was man theoretisch irgendwann rekrutieren könnte wir gucken mal hier das ist einfacher so wir haben ja hier unsere normale römische kavallerie die hat 8 nahkampf angriff 11 verteidigung 49 im ansturm bonus also charge und ein armor von 28 und base moral von 54 das ist eine ziemlich durchschnittliche kavallerie und gehört eher zu den schlechteren kavallerie einhalten gucken wir uns aber die equites extraordinarii an also die richtig guten hilfstruppen kavallerie einheiten haben wir hier schon nahkampf angriff 9 nahkampf verteidigung 12 angriffs oder ansturm bonus auch 49 armor 11 base moral 46 die sind also schlechter gerüstet aber besser im angriff und die tarantino hippies sind richtig gut denn die kommen mit einem distanzangriff also die haben wurfsperre und können dann aber noch vernünftig kämpfen die haben sogar nahkampf angriff 10 und verteidigung 11 und durch leveln und durch fähigkeiten der generelle werden die werte besser also das ist eine sehr interessante einheit dann kommt hinzu dass wir jetzt durch diese kaserne auch bogenschützen rekrutieren können sardinische bogenschützen man muss dazu sagen bei den distanzeinheiten habt ihr schleuderer die machen den geringsten schaden haben die größte reichweite dann habt ihr bogenschützen die haben eine mittlere reichweite und mittleren schaden und ihr habt sperrwerfer also die plänkler die haben die kürzeste reichweite aber den höchsten schaden und bogenschützen sind halt schon eine sehr nette truppengattung was hier interessant ist wir kriegen jetzt hier diese skirmisher und die rekrutieren sich aus den eingeborenen wenn man so will aus den peregrini und der pool ist groß 13.000 im vergleich dazu haben wir hier bei den leves den zugriff auf die proletarie und davon haben wir knapp unter 1000 also macht es absolut sinn bogenschützen und plänkler aus den eingeborenen zu rekrutieren und sozusagen den truppenpool ansonsten zu schonen ähnlich ist es bei den auslifts sperrkämpfern oder den reserves sperrkämpfern die rekrutieren sich auch von den proletariern wo hingegen wir jetzt auch diese tarantinoi variante nehmen können die sich auch wieder aus den eingeborenen rekrutiert somit können wir truppen aufstellen die nicht den arg begrenzten menschenpool anzapft wenn ihr so wollt und das ist eine enorme verbesserung ja und wenn wir hier mal gucken die haben missile damage 21 und range 85 die tarantinos haben 23 25 95 mehle 10 und 11 bei angriff und verteidigung und die haben auch 11 und 10 charge bonus ist hier 40 hier ist er 38 was aber auch ein gravierender unterschied ist die hier kosten im unterhalt 231 die kosten 328 also es ist deutlich sinnvoller zwei davon zu haben als zwei davon und das ist halt auch so ein aspekt wo ihr ein bisschen gucken müsst eure armeezusammenstellung a muss die effektiv sein b muss die die bevölkerung berücksichtigen damit ihr auch rekrutieren könnt und auch verluste ausgleichen könnt und dann muss das ganze natürlich bezahlbar sein gerade am anfang später wenn ihr eine florierende wirtschaft habt und hier unten bei eurem vermögen 100.000 200.000 oder 300.000 steht was ihr erreichen werdet wenn ihr meinem wirtschaftsguide folgt dann ist es kein problem mehr aber jetzt müsst ihr so ein bisschen jonglieren deswegen da wieder der tipp guckt euch auf jeden fall den wirtschaftsguide an der bringt euch definitiv nach vorne hier werden wir jetzt gucken dass wir tatsächlich die distanzeinheiten ein bisschen umbauen bin am überlegen ob wir das jetzt sofort tun nee besser nicht ja ihr habt jetzt auf jeden fall gesehen was wir gemacht haben ich bringe sicherheitshalber die Einheit schon mal hier in Stellung und gehe wieder auf Patrouille achtet mal auf das Einkommen 3711 wenn die Armee auf Patrouille ist sind wir bei 4000 das gleiche können wir hier oben machen siehe da 4300 das heißt es macht definitiv Sinn Armeen im eigenen Gebiet auf Patrouille zu entsenden um auf die Art und Weise das Einkommen zu steigern ich brech das aber mal ab denn wie lange braucht der ja ich muss das abbrechen denn sonst wird das hier oben verslammen und das ist nicht gut wir gehen also hier auf Tempel und hier auf die Latrinen denn die steigern auch das Wachstum außerdem steigern sie die öffentliche Ordnung aber mir geht es primär um Wachstum damit wir hier möglichst hohes Wachstum haben um möglichst schnell die weiteren Felder freizuschalten und Latium möglichst schnell richtig stark zu machen ganz wichtige Sache ja damit habt ihr den letzten und zehnten Zug in diesem Video gesehen wir haben jetzt kurz mal rekapituliert zwei Provinzen komplett erobert und abgesichert wir haben eine vollständige Armee und die zweite Armee können wir in den nächsten zwei bis drei Runden aufbauen wir haben ein starkes Einkommen in der nächsten Runde ist das Einkommen sogar noch stärker und die nächsten Runden würden jetzt so ablaufen dass man einen Mix macht aus Truppenaufbau und Aufbau der Gebäude also kontinuierlich die Wirtschaft stärken aber auch die Armeen stärken wenn wir Glück haben dauert das hier noch zwei Runden bis das fällt so dass wir dann halt das möglichst Ideal aufbauen wir müssten Apollonia und damit Epirus auch erstmal ignorieren da Kartago einfach die größere Gefahr ist und Ziel muss es dann halt auch sein Sizilien zu erobern und zur Kornkammer zu machen und sobald Sizilien gefallen ist muss im Endeffekt Apollonia erobert werden und dann Sardinien und Korsika um A Kartago diese beiden Siedlungen abzunehmen und uns zu stärken um B hier an das Metall ranzukommen denn hier gibt es Eisen und mit dem Eisen können wir entweder eine Rüstungsschmiede oder eine Waffenschmiede bauen und somit alle unsere Einheiten mit besseren Waffen oder besseren Rüstung ausstatten was dann entweder den Angriff oder die Verteidigung stärkt das heißt ihr solltet dann halt auch später im Spiel einen Rüstungsschmied und einen Waffenschmied haben also ihr braucht zwei Metallvorkommen um beides zu pushen macht aber halt mega Sinn das wäre so der Ablauf wie ich dann quasi hier mit Rom weitermachen würde also mein nächster Fokus wäre dann Sizilien sobald Sizilien erobert ist kommt hier eine Garnisonsarmee rein weil Kartago ständig angreifen wird hier kommt eine Garnisonsflotte rein und mit zwei Legionen wird dann Epirus angegriffen befriedet sobald da die öffentliche Ordnung in Ordnung ist werden beide Legionen abgezogen erst eine dann die zweite und mit den zwei Legionen setzt man dann hier über erobert erst die Siedlung marschiert dann hier runter und erobert die Siedlung und dadurch steigert man schon wieder das eigene Einkommen man steigert die eigene Truppenstärke man steigert die Rohstoff Situation und ja ist dann quasi bereit das hier definitiv zu halten klar aber ist dann bereit sich zu überlegen entweder erst nach Griechenland zu gehen oder erst in den Norden zu gehen das ist dann Geschmackssache wo man zuerst hin will aber das wäre so der Weg und zwischendurch kann man natürlich noch gucken Diplomatie nicht vernachlässigen hier können wir bestimmt handeln das sieht gut aus wir gucken mal ob wir ein bisschen Geld raus kitzeln können die sind sehr reich moderate okay ich bin jetzt einfach mal dreist alter wir haben gerade mal 6000 Gold raus gehauen aber wenn das nicht satt ist okay dann gucken wir jetzt mal was mit den stinkbären hier ist ob wir da jetzt ein handels ne kriegen wir noch nicht okay dann sollen die uns auch an den füße küssen das handels abkommen mit Athen wird eh mehr einbringen wir gucken mal ob wir mit Sparta nicht Angriffspakt schließen können die wollen Geld dafür sehen das lassen wir erstmal aber wir sind jetzt mal direkt um einiges reicher geworden und werden das Geld jetzt instant investieren um unsere Wirtschaft zu steigern und zwar gehen wir dann folgenden Weg dass wir die Rohstoffproduktion steigern und wir reißen hier das landwirtschaftliche entweder reißen wir es ab oder wir gehen auf Viehzucht aber ich glaube abreißen ist sinnvoller ja wir gehen auf abriss und dann auf produktion so hervorragend den tempel können wir auch noch direkt ausbauen allerdings reicht es nicht für den jupiter tempel dafür brauchen wir mehr geld das aber nicht weiter schlimm nächste runde haben wir das also ihr seht zwischendurch auch immer wieder in diplomatie reingucken und diplomatie machen und bei abkommen immer versuchen dem anderen geld aus dem kreuz zu leiern es lohnt sich ja das wäre das heutige video die ersten zehn runden mit rom ich hoffe mal ich konnte euch damit weiterhelfen kann euch damit den start erleichtern jetzt jetzt habt ihr eine bomben basis um eure umgebung zu erobern und ein richtig gutes imperium aufzubauen lasst mir wie gesagt kommentare da wenn ihr eine let's play reihe haben wollt lasst mir auch dazu gerne kommentare da ich baue gerade einen zweitkanal auf auf dem werden dann auch let's plays laufen bin dafür alles offen ansonsten wie gesagt noch mal besten dank für die likes und kommentare die ihr mir zu dem wirtschaftsguide video gegeben habt hat mich sehr gefreut das wirtschaftsguide video blende ich euch jetzt gleich zum schluss auch noch mal ein da solltet ihr unbedingt reinschauen denn das ist die absolute basis und grundlage um in Rome 2 mit die wieder dem pera erfolgreich zu sein wenn ihr euch da nicht dran haltet wird es sehr schwierig und sehr anstrengend und ihr werdet sehr häufig gefahr laufen bankrott zu gehen und ihr werdet häufig nur mit einem bruchteil der möglichen truppen kämpfen können daher schaut euch den wirtschaftsguide ein kommt wie gesagt jetzt im abspann hoffe es hat euch gefallen ihr hattet spaß und wir sehen uns dann im nächsten video bis dann not